Ready! Zieh mir meine Hose an! Was? Du hast keine Hose an? Lass rollen, Mama! So, was haben wir denn hier? Tänzen? Hopp, oder? Ach nee, der ist bei uns? Oh ja, wir haben aber gewonnen. Äh, wir haben gewonnen, was? Weißt du? Ich bin wieder da, sorry. Wir haben Schweden im Team. Und jetzt? Äh, der ist krass. Ach so. Ist halt ein Schwede, wa? Was? Putin-Teen? Aus Jamaika, alles klar. Ja, wir haben alle so 150 Stunden Accounts. Na ja. Global Jesus. Alles klar. Oh, ich find die auf der Phase zu behindern, ey. Können die das nicht einstellen, dass alle nur mit ihrer scheiß Beste schwecken? Wieso? Wieso? Ich dachte das, die zocken nur AWP da auf der Phase. Na ja, willst du warm werden? Ja. So warm werden, AWP? Na klar, dann mit der AWP jedenfalls. Na klar, dann mit der AWP jedenfalls. Ja, die kannst du aber eh erst die drei Runde spielen. Ja, aber wenn du die kannst, dann bist du krass. Ja. Wie heißt der? Mr. Torbjörn. Haha. Hey guys. Was? Deine Mutter ist mein Rank, alter. Was hab ich überhaupt noch mal für ein Rank? Keine Ahnung, drückt Tab, dann siehst du das. Ne, wie heißt das noch mal? Ähm, Master Guardian 2. Wenn du noch der bist. Ja, bin ich. Du bist doch bestimmt. Diese scheiß Legs, Mann! Okay. Ich kotze gleich, ey. Fack dich das ab. Lauf dir doch noch voll rein, ne? Die sind alle da. Schön. Oh, ich bin voll gefuchst, Alter. Na egal, wir haben Geld bekommen. Schade, schade Schokolade. Na ja, egal. Machst du nix, dann machst du gar nix. Hallo, ich bin CT. Gucken die Kamera. Vielleicht, wir können echt gut kaufen. Also ich jedenfalls. Hm? Ich bin auch zufrieden. Out. Okay. Das Problem ist, dass die bessere Waffen haben als wir. Das Problem ist, Deck die Scheiße. Bleib irgendwie auf einer Stelle stehen. Aber das ist nur so ne Vermutung. Warum werfen die die Bombe die ganze Zeit weg? Hm. Hm. Bein. Ah, fick dich. Jetzt soll niemand ansehen. Von hinten, glaub ich. Von hinten, von hinten! Fack und vor... Ja, und von außen. Von wo hin? Entdeckt mich an. Ne, ihr seid alle unten. Bist du überhaupt? Ja. Ja, ich bin tot jetzt. Ich war noch außen. Da hab ich die ganze Zeit hinter mich geguckt, weil ich dachte, da kommt jemand. Ich hab Angst. Ja, Wind ist einer. Inka Wind. Bei. Über dir, über dir. Ja, er hat mich gesehen. Scheiße. Egal, Bombe explodiert. Ist egal. Zell, zell, zell. Du bist voll jetzt noch zu sagen, safe. Safe, ja echt. Mann. Zwei Sekunden safe, doch. Ganz ruhig. Ganz ruhig, du wärst die momentane Teleportstation. Suchst du keinen Dragon Ball? Ne, guck ich nicht. Ich hab mich schon gewundert, warum du nicht gelacht hast. Ja, genau. Das war der Grund. Ich weiß, was ein Genkidama ist, das weiß ich. Ich find's auch witzig, wenn Leute sagen, die ihre Hände hochreißen, wo wir jetzt einmal Genkidama machen, aber... Ähm, sonst... Und du weißt nicht, dass die momentane Teleportation ist? Nein. Soll ich dich hochheben? Ne, ich find... Ne, ne. Das ist ja das Gute, wenn du scoutest, die halt dann... Der kommt natürlich erst dann, wenn ich nicht mehr hingucke, aber... Ist ja klar. Keine Ahnung, wo ich bin. Okay. Er hat scoutet. Fuck. Ja, ich hab die Bombe nicht. Von hinten. Ich bin auch gar nicht bei euch. Fuck, wo noch einer von hinten. Hm? Ganz schön schlause. Ja, da. Tja... Oh, wir haben laufen. Ey. Hör bitte auf, mich hier zu diskriminieren. Was? Äh, kritisieren. Was, wenn ich sage, im Laufen... Achso, ja. Ne, kritisieren geht gar nicht, ja? Ne. Find ich nicht in Ordnung. Das nehm ich mir jetzt. Bison. Bison. Bison ist krass. Lass doch mal mit Bison irgendwas rushen. Das ist kein Geld für eine Bison. Boah, Alter. Ja. Das ist doch nicht außen gehen. Die haben doch jetzt Geld ohne Ende. Die haben doch ne Arme da. Ich geh aus, ey. Ich kill die alle außen. Ja, die One-Clicks. Ja, die One-Clicks sitzen wieder mal. Gut gelaunt bin ich auch noch. Der Ted-Shot, der Ted-Shot-Hunger. Der Ted-Shot. Der Ted-Shot. Der Ted-Shot. Was macht der da? Was ist das? Was machst du da? Hinter dir! Einer hinter dir! Ja, was soll ich machen? Die sind überall. Wollte ich nur so sagen. Ja. Ja. Ist egal. Oder was ist das? Ja, aber er hat die Bombe. Ja, ja eben. Der King. Warum sag ich ja? Am besten geht der A. Ich werde mich wieder so erschrecken. Ja, jetzt kannst du auch nicht mehr blenden. Ja, ich bin zu zweit. Das macht der nicht. Schafft der ja. Mit 14 AP. Hm. Du musst ein bisschen mehr an die Leute glauben. Ja, okay, gut. Jetzt mach ich das. Der schafft das nicht. Irgendwie immer, wenn ich einen Spieler lächerlich mache oder so, hat er in der nächsten Route einen Ace. Mach mir mal lächerlich. Ich glaube nicht. Du bist so ein Spasti, ne? Ohne Scheiß. Ja. So ein Spasti bist du. Total. Wir bitten nie wieder Scout, AWP oder ne Bitsen. Ne Bitsen. Ne Bitsen, Jo. Gute Bitsen. Ne Bison. Ja. Wie heißt das eigentlich? Bitsen oder Bison? Bison. Echt? Jedenfalls sagen, alter Bison. Niemand würde Bitsen sagen. Was, alter? Bison? Das hört sich an wie ein Tier. Ja, ist auch ein Tier. Bison. Ja, ich weiß. Pass auf, da unten ist doch jemand. Tötet ihn. Hä? Ich bin Blau, wahr? Kann ich jetzt, äh, hier. Activating the bomb. Wo? Activating the bomb. B. B? B? Ja, da ist die Bombe. Also gehst du bitte B. Mach ich. Ah, du Hurensohn. Der ist im Wend mit ner AWP. Den hol ich mir jetzt. Äh. Schneif den safe. Komm, ich hol den. AAH! Der ist hinter mir! Was? Fuck! Aua! Was hat der zu mir gesagt? Fuckin' mates hat er gesagt. Ich bin scheiß mate? Warum? Was hab ich... Hä? Wir haben doch gewonnen. Ja, haben wir auch. Ich hab einen von uns angemessert. Vielleicht meinte der auch mich. Ja, kann sein. Was ist das denn nicht so ham, ey? Ich dachte, ich mach das mal vollwertig. Erstmal alle sorry schreiben. Sorry, sorry, sorry. Ich glaub wir haben uns alle gegenseitig angeschossen. Ach ja. Hm. Du bist mit 1, 3, 4, zweitbeste. Oh, ist nicht schlecht. Hallo, mal die Bombe plantest. Ja, ne, dann nicht. Oh. Du bist einfach durch. Ich bin durch. Ich hab Eier. Tschüss. Ich hab mich fast gekillt, ey. Oh, global cheat. Ich hab noch 1 HP. Ach, ich hab ne Waffe. Ich hab ne Waffe-Sach an. Wusste ich gar nicht. Ich hab ein HP. Wird nix. Ich hab zwölf. Wird wird was. Ey, lass A gehen. Und man rechnet keiner. Ja, mit einem HP. Willst du A rushen. Okay. Wer sagt denn rushen? Taktisch gut vorgehen. Ich rushe. Ah. Ja komm, lass rein. Oh mein Gott, da ist einer. Das sind zwei. Two guys Heaven. Two guys Heaven. One is on spot. He's dropped. Ey. Einer ist tot, Heaven. Von der Lobby. Thank you. Das machst du. Los. Junge. Ja, man. Was. Rechts, ja. Du bist kein richtiger Terrorist, ey. Ohne Scheiß. Oh ja, man. So. Was kaufen wir denn? Ach, ich weiß es nicht. Ja komm, hier ist Gott. Ich glaub, das ist das erste Mal, dass ich hier unten gesprochen habe und jetzt denk mich, ich bin das übelste Scheißkind. Ja. Dann gucken sie erstmal mal, wo kommt die Deutschland. Weil ich mich auch noch anhöre wie ein zwölfjähriger Junge im Game. Hm. Ja. Dann so. Macht das so einen Mehreindruck. Das prägt. Dann irgendwie so, dann, ah ja. Mhm. Deutschland, HJ, alles klar. Deutschland, HJ, hm. Das ist... Ne, wie hieß das für Frauen? Was? Gab's doch die HJen dann noch irgendwas für Frauen, oder? HJ? Oder war das auch HJ? Na, Hitlerjugend. Äh, warte. Ne, das war... Doch. Gab's das für... War das für Mädchen auch? Ne, die Mädchen sind in die Schule gegangen, die Jungen wurden zu, äh... Oder? Na, das weiß ich jetzt nicht. Da hab ich jetzt nicht so das... Historische Haube für. SHACK! Ja, da hast halt nicht so die historische Ader. Ne, keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Ah. Okay. Ähm. Weg los. Ich hab so ne Chemielehrerin und ich bin nie da. Und die ist auch nie da. Also wenn ich da bin, ist die nicht da. Wenn die da ist, bin ich halt nicht da, ne? Wir wechseln uns irgendwie mal ab. So, auf jeden Fall... Die hasst mich, ja? Die hasst mich wie die Pest. Fuck. Weil ich, äh... Ich hab den Eintest, äh, 2 geschrieben. Und dann konnte ich mir keine andere Note als 3 geben, obwohl ich nie da bin und so weiter. Hä, wat? Wie? Du hast 2 geschrieben und... Hä, was? Ich hab den Eintest damals 2 geschrieben, ja? Ja. Und die konnten mir keine schlechtere Note geben, obwohl ich nicht da bin. Obwohl ich, äh, weil ich den halt 2 geschrieben habe. Und deshalb hatte ich dann die 3 auf dem Zeugnis. So, jetzt hab ich wieder Chemie. Achso, achso. Okay. Bin immer noch nicht da. Jetzt meinte ich so, ja Frau Hautzer, äh, bangen Sie ruhig an. Das bringt ja eh nix mit Ihnen, ne? Mit dem neuen Test. Haha. Als wir losgelegt haben mit dem Teststein. Ja, ja. So. Und dann hab ich gesagt, alles klar. Die fick ich jetzt so richtig. Dann hab ich nach 45 Minuten den Test abgegeben, ne? Alles fertig und so weiter. Hab gefragt, ob ich nach Hause gehen kann früher, weil ich dann nicht fertig war mit dem Test. Und dann so, ja, ja, gehen Sie, gehen Sie. Eine Woche später, ja, ähm, die beste Note im Test hat die Frau Hautzer. Ja? Haha. Und ich sag mir nur so, ja, du Scheißfotze, hab ich dir gegeben. Und das in 45 Minuten. Okay. Und jetzt hast du mich noch mehr. Ja. Ja. Nee. Mich hasst kein Leer. Weil ich eigentlich immer da bin. Echt? Meistens. Ja? Warum sollt' ich fehlen? Keine Ahnung, ich hab damals nur noch gefehlt, weil ich den Metin durchgesuchtet habe und so unfassbar süchtig nach dem Game war. Was ist das jetzt? Metin 2. Achso. Ach, Metin 2? Mhm. Ach du Schande, ey. Ach du Schande. Ja, du 92er, Mann. 92er. Jo, äh, also ich hab, also ich schaue relativ gern Pete's Meat an. Die hatten auch mal Metin 2 in der Trash Night. Und ganz ehrlich, das ist so langweilig gewesen, Alter. Wir sind die Füße eingeschlafen. Das ist ein absolutes Drecksgame, aber es ist irgendwie... Es hat einen extrem hohen Suchtfaktor, wenn du dich dafür mal begeistern kannst. Ja, aber da ist nix in der Welt. Doch. Was denn? Fest. Tiere. Ja, Tiere, die direkt... Kannst dir mal Tiere angucken. Dann siehst du auch mal, was ein Bison ist, ne? Die haben da auch einen Bison, glaub ich. Keiler. Echt. Ja. Ist echt krass, dann sollte ich mir das halt echt mal angucken. Nee, auf jeden Fall guck ich mir das an. Ich weiß nicht mehr, ob es das Spiel noch gibt. Nee, aber... Ich glaub schon. Also... Ich verstehe doch gar nicht, warum man dafür Server bereitsteht, ey. Aber ich hol mir eben einen Energy Drink und nehme 10 Kilo dabei zu. Alter. Aber die Rampe... Ach, die Rampe sei schon... Die Bison ist meine Waffe, ey. Fuck. One Squeaky. He's right. Naja, dann nicht. 7-2 ist nicht gut. Ich muss mich noch ein bisschen anstrengen. Was hab ich? 7-8? Ne, 7... Doch, 7-8. Oh. Oh. Ey, gut, dass Steffi die Bombe ist. Dass sie aber die Bombe hat. Sorry. Wo? Wie, wo? Wo sollt ihr alle? Auf der Karte siehst du es, da wir sind... Lobby am rumcampen. Sehr gut. Putentin. Die gehen... Die gehen runter, lass A gehen. Sollen wir jetzt A gehen, oder nicht? Ja, lass A gehen. Nice. Was? Stell mal von Heaven weg. Der wollte mich nachhelfen. Wo? Ich weiß es nicht. Ja doch, der ist Reiki gewesen. Ich glaub, der kommt in Blue Box. Der ist Leckmann! Ah, das war meiner. Oh, sorry. Oh. Oh. Ach so, die Runde bin ich richtig scheiße. Ja. 1-9. Mein PC muss wieder abstürzen. Ja, dann wirst du besser. Wie bitte? Dann bist du wieder besser, oder wie? Mhm. Das war letzte Runde aber auch so ganz seltsam, weil du hast irgendwie dein 10-5 gehabt, was Positives. Und dann am Ende schaltest du aber 12-16. Oh. Ja. Oh. Sorry. Sorry. Ist der gesmoked? Ja. Ja ne, lass da nicht da lang gehen, das ist doch vollkommener Quatsch. Lass mal outside kommen. Ja, lass outside gehen, ja genau. Voll der krasse Befehl hier gerade, ne? Ja, das hab ich mir auch gerade gesagt. Wie soll ich hier General werden? Nein! Ja, ja, General. General ist friedlich im Kopf gestorben! Alter, die Leute müssen doch denken, was ist das für ne komische? Scheiße, ey. Ich geb mal noch ne Runde ab, hier. Habst du ne schöne Kindheit, Dominik? Sehr schöne. Ohne Animes? Ohne Animes, ja. Hast du echt gar kein Anime geguckt? Naja, aber ab und zu so, was dann halt so kam, aber ich hab nicht so viel Fernsehen geguckt, weil es mich einfach nie interessiert hat. Ich guck doch jetzt kein Fernsehen. Ja, gut, also juckt mich auch nicht mehr. Obwohl, ich guck mancher Shopping Queen. Oh Gott. Aber nur weil ich diesen Guido cool finde, ey. Wer ist Guido? Das ist der schwule Kommentator. Achso, okay. Ne, ist echt lustig. Gute Guido. Nice. Don't attack your own teammate. War deiner, man. Ich weiß, ich weiß. Oh, hi. Der blick grad von dir rechts links. Rechts links. Ach, das war meiner. Ich dachte schon, warum schießt der nicht auf mich? Naja, naja. Wird doch. Taser ist am Start. Soja, getasert hab ich gehört. Ich hab gehört. Rune Unreal. Ja. Wir töten die. Ja, das machen. Ja, das machen. Drei. 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 Komm AWP. Durch die Kiste. Da ist dein teammate. Mann. Was? Was? Oh, ja. Jetzt hab das ja... Stimmt. Und wieder! Sehr gut. Ey, lass mal Argen ey. Ja, ich hab ja die gelben Püppchen, ne? Du nicht. Let's go ey. Ramp is clear. Go ey. Go ey. Go ey. Go home. Ich hab so lange... Wow. Hast du gesehen? Wow. Du hast mich gerecht. Süß. Ja, danke. Äh, bitte. Ey, Doppelding, hast du eigentlich ne Freundin? Nein, gerade nicht. Oh. Ja, jetzt hab ich die Stimmung irgendwie so ein bisschen deprimiert, ne? Hehehe. Oh, nö. Ach, zeig dir wohl nicht. Oh, ho. Sorry, dass ich gefragt hab. Hehehe. Nein. Nein. So, äh. Jetzt musst du fragen und du und dann sag ich ne, aber Sex. Hehehehe. Oh. Hehehehe. Aber du hast doch nen Freund, das weiß ich doch. Nee. Und dann nicht mehr. Nee. Nee. Ich hab mit dem Schluss gemacht. Stimmt. Das ist seltsam. Ich hab mich schon gefragt, warum am Wochenende zockst. Da dachte ich mir, höhe. Ja. Was geht mit? Ach, du bist tot, wa? Dacht ich. Wie konnten wir uns eigentlich sehen? Ich war am Wochenende weg, du warst in der Woche weg. Hier haben wir es geschafft, dass wir uns kennenlernten. Ja. Schicksal, Dominik. Schicksal. Ja, Schicksal, das muss es sein. Oh Gott. Boah, jetzt müssen wir heiraten. Ich pusht den jetzt. Pusht den. Pusht den. Nee, ich pusht den nicht. Pusht den. Okay. Ich war behindert. Sorry. Das ist dein Teammate. Heaven ist dein Teammate. Okay, gut. Wo ist noch dein Teammate? B. Ich mach jetzt, ich mach jetzt, ich mach jetzt, ich mach jetzt, äh. Oh. Oh. Puh. So, jetzt. Du hast jetzt Trick 17. Trick 17. Punkt 1. Easy. War ja kein Ding. Und. Hup. Ach wir sind ja, wir sind ja Terror. Oh. 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 Oh man ey. Ganz schön, die da keiner trotzdem geben, weil ich hab 2600. Ja sicher, das ist ein wunderschöner Jungle Spray. Danke. Oh. Hm. Da hab ich lieber keinen Skin als den, würd ich jetzt mal sagen. Ja, aber. Was für ein scheiß Kind ey. Der schlimmste Skin ist mir noch die Cartel oder? Aber ganz ehrlich, ich find auch diese Sticker richtig behindert. Wer knippt sich denn im echten Krieg einen Sticker an die Waffe? Äh. Kein Kommentar zu meiner AK Schicken mit vier Hühnchenstickern drauf. Oh mein Gott. Du wärst der erste Deni. Ey, ich würd dafür einen Selbstbomb begehen, ganz ehrlich. Echt? Nee, das ist ja Quatsch. Doch. Du bist so creaky ey. Nein. Au, was? Aua. Hä? Aaaaaaah! Hurensohn! Oh. Sorry. Ja. The fuck, Alter. Du musst sorry sagen. Hab ich. Sag's nochmal. Dann kriegst du ihn damit ein bisschen im Arsch. Nee, im Game! Boah. Achso, in Game. Sorry. Ey, ich hab fast keinen Gegenang gesehen, außer einen. Achso. 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 Sniper gekauft worden. Ich. In Ernst? Oh, man. Oh, man. Purple. Ein Stück. Aber Ohl macht die bisschen besser drauf. Pfff. Pfff. Dann sieht das aus, als wäre ich nicht umsonst gestorben. Oh! Pfff. 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 Ja, ja.. Wir da sind außen. Elfen?! Oh, Easy Man macht das. Easy Man alter. Easy Man machts! Easy Man ist am Stüssel, ey. Hinter dir, du Noob! Ha! Fuck, wo es jetzt seine war? Ah, hier. Okay, sorry. Fuck, hier. Meine Scheiß. Dieses Spiel, die erschrecken mich alle so. Jo. Das macht mich fertig. Das ist ein Noob, ey. Hier. Weck meine Eierstöcke. Tschüss. Hier, Alter. Wenn das mal einer sieht hier, weh. Aber das sieht keiner, oder? Na, ich nehm grad auf. Was? Ja. Ich speicher's in privaten Ohr, oder? Und dann schick's mir bitte. Fuck. Ja, kann ich auch. Dass eine Behinderte-Runde ohne Scheiß ist. Das ist richtig cool, ey. Ich hab mich jetzt schon dreimal erschrocken. Dreimal. Dreimal? Und dann mach ich mal die Augen zu und sterb daraufhin. Yard. 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 Easy. Alter, ich will meinen Gegner sehen. Easy. Kein Gegner gesehen. Etz, etz, etz. Oh, da ist noch eine Tech-Nine. Na, fuck. Jetzt hab ich aus Versehen. Oh, falsch. Scheiße. Okay. Puh. Sorry. Ha, 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 ha. Sorry, es ist FTV. Ja, Humphrey. Von dir gibt's auch ein Sorry, ne? Wer ist Humphrey? Meine Katze. Meine dicke Katze. Ich sollte FET dazu sagen. Kennst du von dieser einen Serie, oder das war ein Film, ich bin dir zu sicher. Gar fehlt. Wo so ein kleines Kind sagt. Oh my god, it's so fluffy, I'm gonna die. Ja, hab ich schon mal gehört. Das ist ungefähr meine Katze. Okay. Ja. Also Ramp und Radio ist gar nichts. Also wenn, dann sind die aus. Roof. All guys are roofed. Don't go, don't go, don't go, don't go. Thank you. Thank you. Okay, sie gehen alle. Ah, ist okay. Ähm. Can you go to the spots? Ich hab Arme, ich bin safe. Bomb-Blue-Box. Wusste der, dass du da bist? Wer? Der Typ, der da durchgeschossen hat. Das war nicht dein Teammate. Ja, der hat wieder durchgeschossen. Durch die Tür? Ach, du bist doch gar nicht. Durch die Tür? Das ist... Das... Hä? Ich glaub, die gehen A. Die gehen A, Mann. Ja, die Bombe ist ja auch hier. Die Bombe ist weg. Höh! Ja. Dann gehen die B. Die gehen Rampe, ja. Wo ist denn der Grüne? Äh, linker Wind. Ah. Gobi. Sehr Gobi. Sehr Gobi. Sehr Gobi. Sehr Gobi. Sehr Gobi. Sehr Gobi. Nein, das ist ein Scherz. Nein! Ich hab zu dem Wichser gesagt, er soll B gehen. Und wohin geht der? B? Lebt überhaupt noch einer? Ja. Ja, einer noch. Fake Defuse. Fake Defuse, ja. Fake Defuse! Dann stirbst du. Fake Defuse. Fuse. Zwei AP. Easy Man. Für das Entschärfen der Bombe. Oh, mein richtiger... Oh, ich nehm jetzt mal die Awe, Alter. Yo, ich nehm auch mal die Awe. Ich hab keinen Plan, was ich mit der Waffe machen soll, aber ich nehm sie. Hier, du wollen wir tauschen? Ja, lass mal tauschen. Ich hab ne richtig hübsche. Oh, mit Stickern. Und Namen, Schilden, allem drum und dran. Und FN und Statschrack und uiiiiiiii. Jetzt wird krass. Oh, okay, einer ist draußen. Einer noch? Äh, ich weiß nicht, ob mehr kommen, aber auf jeden Fall ist da einer mit Awe, mein ich. So rein. Wo kommen die denn? Ich geh mal kurz hoch zu Catwalk. Sind die durch schon? Weiß ich nicht, wo sind die? Weiß ich nicht, sind außen? Nee, noch nicht. Durch, glaub ich. Wenn das nicht in den letzten 10 Sekunden passiert ist, sind die nicht durch. Gehst du grad gleich da hoch? Ja. Nee, ich bin auf Catwalk. Achso. Aber die Bombe ist außen. Das könnt ich dir sagen. Das ist gut. Die Bombe ist immer noch außen. Ich guck mal hier. Die Respawn? Was? Guckst du da hinten? Guck, äh, zu deren Base. Okay. Und guckst du? Guck ich hinten. Also hier Heaven und... Hell. Ja, gut. Oh mein Gott, ich hab gefehlt. Ist er da? Ja, einer ist outside. Wo genau? Sorry. Wo ist der? Keine Ahnung. War mal geschossen. Oh, yo, 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 yo. Okay. So. Habt ihr, ich hab richtig schlecht, äh, mit der Aabe. Der war genau auf meinem Fadenkreuz. Ich zieh das Fadenkreuz weg und verfehle. Please don't smoke ramp. Ich dachte, du sagst jetzt please don't smoke weed. Ach, nee, nee, das ist mir egal. Nee, das geht ja gar nicht. Weed ist cool. Was macht der denn? Was soll denn der shit? Wie sagt der soll nicht smoken? Jetzt komm doch, du Wichser. Oh fuck, alter. War man outside? Outside? Meine Freunde, outside. Outside. Oh, Alter, das ist... Sind die alle außen? Ja, ich glaub schon. Ich hab noch ein bisschen Rampe hier. Nee, ich glaub keiner ist. Ja, einer, einer, einer ist noch Radio. Fuck. Fuck. Echt? Einer ist weg. Ist das meiner? Es ist mir, es ist mir. Nicht schreien, ich hab eine Radio. Okay, okay. Einer ist outside. War man outside. Ist der schon runter? Nein. Lief den bitte. Fuck. Wow. Oh, oh, oh. Nicht auf mich hängen lassen. Bitte nicht auf... Was auf jetzt wird krass. Die gehen A. Geh weg, doch. Nein. Geh weg. Nein. Nein. Yo. Hast du ja gewusst wie? Oh mein Gott, Alter. Eigentlich darf ich nicht mit A. Spielen, aber es macht mir so Spaß. Wir haben gewonnen, ne? Ja, klar haben wir gewonnen. Alter. Ich verstehe nicht, warum der fucking Idils schreibt. Ist das denn krass? Ne, da warst du die Gegner. Ja, ja, das denke ich auch. Da schreibt doch zu den Gegner. Also lass ich doch freuen. Verstehe nicht, warum der jetzt da die Gegner beleidigt. Ja, du bist halt viel sozialer als er, weißt du? Ja. Fuck. Ich zähle auf euch Leute, ich zähle auf euch. Ihr macht das. Geschrieben, okay, Mann. Hä? Hast du was gesagt? Ich hab gesagt, ja, ihr macht das. Ah, die machen das nicht. Ja, ja, ja. Top, top, top. Ja. Hinter ihm war er eigentlich nicht, aber okay. Der ist auf dem Dach, du Vollidiot! Wie bist du ein Hurensohn, ohne Scheiß? Hält doch mal entspannt, ey. RIZO! Das, okay. Verwirrt, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Fucking Smurf. Ich frag mich, was er sich denkt. Er hat das Wort aufgeschnappt und schreibt's nur einfach anders. Ja, ich... Man weiß wahrscheinlich niemals, was das heißt. Er weiß nur, dass das gute Spieler ist, bestimmt. Ich wette, der ist auch 7 oder so. Fuck! Ja, Mann, alle Lobby! Oh, guys, I'll lobby. One man, Blue House, Blue House, Blue House, two guys, Blue House. Go A, go A. Ja, die gehen A. Ist nicht cool. Mhm. Im Haus ist einer. Ja. Schön. Rechts. Oh! Nein! Schade! 64 in 2! Shit! Wer hat das Spiel abgebrochen? Einer von uns? Ja, nein! Ja, einer von uns, ey, natürlich, ey. Ey, jetzt musst du auch noch reinhauen. Du musst immer mal einsteigen, oder? Kannst du mir eine 5-7 legen? Ich hab 250. Ja, natürlich nicht. Ich kann dir eine Handgun legen. Ja, naja, ich hab selber eine P2000. Ah. Skorpion. Factory New. Ah. Fuck, Alter, das lief eben so gut. Und jetzt hat der Typ das Spiel abgebrochen. Dieser voll Idiot. Nein. Bot Elmer, Mann, soll das. Gehen Outside, das wissen wir jetzt. Viele? Ja, klar. Wenn der Bot da gestorben ist, dann gehen wir auch Outside. Outside, 2 guys A, 3 guys A, 3 guys A, 3 A. 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 Go A. Nice. Outside immer noch. Ich glaub, niemand ist da oben. Geh. Ich bin krass. Pass auf. Ich wollte ja nicht schießen. Oh, wenigstens hab ich mal getroffen. Hätte ich jetzt eine Arbeit gehabt, wäre er tot gewesen. Mhm. Ich mach jetzt einfach eine Echo. Echo, Echo, Echo. Echo. Gut, dass niemand kauft, find ich gut. Ja. Ich schick mal den Bot zurück. Ja, oder sag dir mal wieder, er soll folgen oder so. Nee, diese Position halten. Lass den doch da. Guck mal, ist doch super. Ja, manchmal funktioniert's, manchmal nicht. Oh. Hab ich dich angegriffen? Sorry. Nee, nicht mich. Den Lila-Man. Egal, wer in der Echo. Scheiße. Wow, ja. Ja, wenn du in der Arme stellst dich so, du Huren so. Sorry. Wollen wir mal Spreechy? Wow, yo. Ah, ich geb dir einen Bot. Danke. Der Bot. Eigentlich verscheiß von mir. Ich bin grad am schlechtesten und, äh, ja. Ich nehm den Bot. Oh mein Gott, ich bin geblendet! Habst du ihn gekillt? Ich hab den gekillt! Ja, super. Ja, komm. Gegen drei, easy. MVP. Spray, einfach durch! Nice! Danke. Was für'n Wichser. Ja, wohin geht'n der jetzt mit der Bombe und wo sind die? Scheiße, da waren zwei. Ja, der ist krass, der Typ, aber leider 25-17. Ist gar nicht so schlecht, Gunde. Ich hab' nichts gesehen und doch alles gut gemacht. Boah, ich werd' jetzt mal richtig behindert und nehm' mir die AUG. Die AUG! Die AUG. Aber wir haben beide komplett unterschiedliche Aussprachmöglichkeiten, ne? Ich nenne das Bitsen, du nennst das Bison, ich nenne das AUG, du nennst das AUG. Nein, warte, warte, pass auf, bei der Bison ist es so, nur du nennst es Bitsen, alle anderen nennst es Bison. Nein! Bitsen hört sich doch viel waffenmäßiger an. Nein, Bison nennt sich kein Wasser. Wieso sollte man etwas Bison nennen? Warum? Weiß ich nicht. Nee. Ich hab' noch vier AP. Da liegt, äh, übrigens... Oh, Bot. Was machst du denn? PAK! Was soll ich denn machen? Der Bot läuft in den Gegner rein. Oh, Mann, Ramp. Wahnsinn, ey! 90 und 5! Oh, Mann, Ramp. Nice. Hat er schön gemacht. Hätte er nicht mit der APA machen müssen, oder was? Lobby. Lobby. Nimm die Nähkaffee, 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 ist gut. Da ist noch einer. Schön. Boah, der ist richtig talentiert. Siehst du das? Der ist aufgeregt. Ah, Alter. Bitte! Ja! Nice. Schön gemacht, Junge! Schön! Schönes, schönes Tor! Jetzt geht er noch... Schönes, schönes Tor. Jetzt geht er noch bei A ein, weil er durch die Decke geschossen hat. Das wär das geilste gewesen. Wir waren noch alle tot. Ja, aber das wär geil gewesen. Also. Ja, ich glaube, ja. Kann man das machen? Durch die Decke schießen und da... Ja. Ja, du kannst da, ja, ja. Du kannst da durchschießen. Ja, kann man ja auch von, äh, Roof aus, ne? Das glaub ich. Ich glaube, ja. Gut, dass ihr den Bot da behaltet. Ah, nein! Nicht schon wieder! Ich glaub, die kommen A. Glaubst du das? Ja. Ja. Ich hab' ge-smoked. Draußen sind welche. Auzeit. Einer ist A. Ja. Du Haus. Ja, der Goldberg Kill. Schön! Schön, Mister! Mister wer? Der mich gerettet hat. Wohl etwa der Easy Man. Ich glaube einer ist B. Einer ist outside. Okay, ist tot. Kann einer bitte B gehen? Ne, ich geh nirgendwo mehr hin. Fuck. Ach, ich muss nicht da sein, oder? Muss ich da sein? Ich will meine AK nicht killen. Mann, fuck! Unter dir, unter dir, unter dir. Rechts in der Ecke. Ja, genau. Schön, easy. Easy. Schön. Tschüss. Hätte ich haben können, ey Mist. Ich hab eine AK. Ich hab Geld. Er hat meine AK weggeschmissen. Nice. Thanks. Der Hurensohn wollte meine AK haben. Ich hätte im Messer hinterher gerannt, auch wenn wir die Runde verloren hätten ohne Scheiß. Ich bin noch richtig nachträgt in sowas. Ja, das stimmt. Das hab ich auch schon mal gemerkt. Ah, man! Squeaky? One man? Nimm den Bot, den Bot. I think they go A. Bot. Guck mal, meine AK wieder. Blue House. Ach, wat. Blue House. Was? Hast du wohl nen Headshot bekommen, ne? Ja. Gut. Gut! So will ich das sehen, Jungs! Positiv! Ich pushe einfach durch wie so'n Irrer. Ah? Ich pushe einfach durch wie so'n Irrer. Hier ist keiner mehr. Okay. Wir gehen B. Kommen, ich kill die jetzt. Los! Puh! 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 Schaffen wir das? Jo, wir schaffen das. Alles klar, Kinder. Das war von Spongebob, aber ich wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Alles klar, Leute? Oder was hast du gesagt? Ich weiß es nicht. Oh nein, wo? Minus 33 outside. Aber geh mal bitte nicht, ey. Timeplay. Ich denke mal, er plantet B. Okay, er ist A geplantet. Ach, daneben noch zwei. Schön. Wo? Heaven? Ja, fuck, man. Er ist runtergedroppt. Mann, shit. Hat er dich getrollt, ne? Ah, ne, ich dachte, der steht halt noch da oben, weißt du? Dann spielt er einfach runter. Ja, ja, droppen. Auch du kannst mir droppen, ne? Ja, ich hab 1000. Ah, was hast du dir denn jetzt noch gekauft, ey? Gar nichts, hab mir ne Dingsbombs gekauft. Ich hab mir schon ne Scout gekauft. Der ist schon billig. Siehste, es endet bei 20 Assists, ich schwör's dir. Das ist so ne Runde wieder. So ne richtig scheiße... Was? Zum Teufel! One outside. Geil, der Bot hat sich überhaupt nichts gekauft. Er hat nur ne P2000. Ja, der weiß, was ne Echo ist, alter. Wo sind die? A, B? Die sind runtergegangen, ja, GB. GB, GB. B? Ja, GB. Bombyard. Ach, okay. Ne, die Bombe ist außen, Bombe ist außen. Okay. Er ist in... Intensive Match, ey. Ich glaub, die kommt Secret hoch. Ja, kommen sie. Ich brauch ne Waffe. Ich hab ne Waffe. Fick dich, Junge. Ich hab mir ne geklaut, sorry. One outside. Ich mein, auch den Typen... Der letzte ist, äh, Main, Main, Main. Okay. Main. Geh rum, zieh rum, zieh rum. Ja! Ruhig, Blut. Ruhig, Blut. Ruhig, Brauna. Ganz ruhig. Alles in Ordnung, Leben ist nicht zerstört, wir haben die Runde gewonnen. Brauchst dich nicht umbringen, Junge. Nicht Jung. Min-Jung. Das hat Mr. Krabs immer gesagt. Aber Mr. Krabs sowieso mal ne geilste. Alles klar, Kinder? Ja! Boah, wie war das denn bei Spongebob? Ich hab's verpeilt. Sag mal. Wiss ich nicht, keine Ahnung. Als ob. Nee, warte, 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 lass mich überlegen. Ich muss kurz überlegen. Ich weiß es nicht. Eine Runde, Leute. Außen. Eine Runde, Leute. Mann, blöw, Außen. Gut. Du, Auß, Down, äh, One-Man-Wobby. Auß, Zeit. Ganz, ganz viel. Mann, der Butt war doch noch da. Scheiße. Ich bin so dreckig. Außen, außen. Outside, don't go. Wait, wait. Ja. Die haben doch ne Arve. Chill da. Oh. Schön. schön! schöner One Click oder war das ein One Click? nein on the right was soll ich dacht, dacht er der macht er guckt A, geh du mal B oder wieso die Bombe ist knickt Ja? B? Oh sche... Ja. Spiel. Oh bitte geht nicht beide gleichzeitig da rein. Schön. Du hast kein Diffuse-Kit. Reicht das? Hat der andere einen Diffuser? Warte. Der hätte er gehabt. Ja, ist egal. Alter. Easy, guys. War zwar eine Scheißrunde von mir, aber... Boah. Jaaaa! Krank 35. Was sind jetzt da? Shadowcase oder was? Mhm. 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 Ich hab ne krasse Tech-9-Urban-Didi-Pad bekommen. Aber hey, ich bin besser als der Bot-Mann. Ja, der hat 4-7, ey. Äh, ja. Wollen wir noch ne Runde? Ja, ich will jetzt erstmal schnell, ähm, die offenen Ben. Und dann machen wir noch ne Runde. Ja. Ja. Sw�-Yup! ...